Hast du dir den Beginn eines Heilungsgottesdienstes anders vorgestellt? Für mich, als ich diese Frau zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, da hat jemand was verstanden. Heilung ist nicht immer nur das, was wir an unserem Körper wahrnehmen, sondern Heilung hat was damit zu tun, dass wir entdecken, wer wir in Gott sind und wie sehr wir geliebt sind. Wir nehmen so ganz viele Dinge in der Regel relativ selbstverständlich hin. Ich weiß nicht, ob du aufgewacht bist heute Morgen und Gott gedankt hast, dass du ruhig in deinem Bett schlafen konntest. Du sitzt heute Morgen relativ entspannt auf einem ordentlich gepolsterten Stuhl und freust dich, dass nicht gerade die Decke über dir zusammenbricht. Hast du dir überlegt, mit was für einer Selbstverständlichkeit du das hingenommen hast, dass der Stuhl hält, auf dem du sitzt? Wer von euch hat vorher überprüft, ob das Gestänge tatsächlich hält? Du setzt dich hin, du gehst davon aus, dass alles gut läuft. Dabei ist das gar nicht normal. Als du aufgestanden bist, hat sich unsere Erde mit einer Geschwindigkeit von 1600 Stundenkilometer um sich selber gedreht. Das macht unsere Erde übrigens die ganze Zeit, während wir hier in Ruhe sitzen. Wir drehen uns mit einer Geschwindigkeit von 1600 Kilometer um uns selber. Einmal den ganzen Tag. Während du hier sitzt, fliegt unser Planet Erde mit 100.000 Stundenkilometer auf seiner Bahn, um einmal im ganzen Jahr um die Sonne rumzukommen. Das heißt, wenn dieser Tag zu Ende geht, haben wir ungefähr 2,4 Millionen Kilometer zurückgelegt. Und du sitzt relativ entspannt hier auf deinem Stuhl. Hast du dir heute Morgen Sorgen gemacht, dass wir eventuell aus der Bahn fliegen könnten? Nein, du sitzt hier. Du hast noch nicht mal Gott gedankt, dass das so läuft, oder? Du hast Gott nicht gedankt, dass die letzten Jahre er davon ausgegangen ist, dass er diese Erde tatsächlich in ihrer Bahn laufen lässt, ohne dass irgendein Meteorit oder Asteroid oder was auch immer uns aus unserer Bahn schlagen könnte. Du gehst schlicht davon aus, dass du es verdient hast, hier in Ruhe zu sitzen. Und ehrlicherweise hast du nichts verdient. Wir gehen davon aus, dass Gottes Gnade und Gottes Liebe uns schlicht beschenkt. Stimmt's? Jeden Morgen. Wir danken ihm noch nicht mal dafür. Die Sonne geht halt auf und sie geht unter. Und wir nehmen es an, dass es uns in dieser Phase gefälligst gut zu gehen hat. Wer sagt dir das, dass du das verdient hast? Wir stehen auf und wir freuen uns, wenn 90% unseres Körpers einigermaßen signalisiert, dass noch alles funktioniert. Und wenn 10% nicht funktionieren, leiden wir so offensichtlich, dass unser Nachbar auch was davon abhat und abbekommt. Stimmt's? Oder unser Ehepartner. Ich weiß nicht genau, ob du schon mal Zahnschmerzen hattest. Dann küsst es sich so schlecht. Wir gehen davon aus, dass wir irgendwie das Recht hätten, dass es uns immer gut gehen muss. Und ich entdecke an mir selber, dass ich von derselben Voraussetzung ausgehe. Ich gehe davon aus, dass das einfach so läuft. Und ich bin ganz erschreckt, wenn es mal nicht so läuft. Und ich merke, wie eine Haltung von Undankbarkeit auf mich kommt. Und ich, ich will nicht sagen ungehalten bin, aber ich werde ungenießbar, wenn das eine Weile anhält. Wenn dieser Gott, der es schafft, seit Jahrhunderten unsere Erde in der Umlaufbahn zu halten. Kannst du dir vorstellen, dass er es auch schafft, dein Leben in die richtige Bahn zu bringen und darin zu halten? Ich liebe diesen Gedanken, darüber nachdenken zu wollen, wie unglaublich gut es Gott mit dir und mit mir meint. Ich liebe es, darüber nachzudenken, was das bedeuten könnte, dass Gott kommt und uns ein bisschen in unserer Ruhe stört. Einfach nur, um uns zu sagen, hey, wann warst du das letzte Mal so richtig dankbar dafür, dass es dir gut geht? Wann bist du das letzte Mal morgens aufgestanden, bist durch dein Schlafzimmer gehüpft und hast gesagt, Gott, danke dafür, dass es einen neuen Tag gibt, den ich erleben darf. Heute Morgen, als ein Stück die Sonne rausgekommen ist, Halleluja, Gott, du hast deinen Job ordentlich gemacht heute. Die Sonne ist tatsächlich wieder da. Ehrlicherweise bist du davon ausgegangen, dass sie da ist, oder? Alles, was neu ist, nehmen wir als Reiz wahr. Aber wie lange dauert das, bis so ein Reiz in uns zur Normalität wird? Meistens dauert es nicht lange, oder? Dann nehmen wir die Dinge, die konstant bleiben, nicht mehr ernst, nicht mehr wahr. Die Psychologen nennen das Unaufmerksamkeitsblindheit. Schönes Wort, auch ziemlich lang. Unaufmerksamkeitsblindheit. Wir nehmen Dinge irgendwann nicht mehr wahr, obwohl sie da sind. Wir haben uns dran gewöhnt und es ist halt normal. Ich wünsche dir ja heute Morgen, dass du neu anfängst, darüber nachzudenken, was ist eigentlich normal? Und wie viele Dinge sind richtig geschenkt? Was normal ist oder nicht, liegt ja ein Stück weit auch an unserer inneren Haltung und Erwartung. Ich las einen Bericht, einen Wissenschaftsbericht, warum hat er mich überhaupt berührt? Normalerweise lese ich so Zeug nicht so sehr, aber der Mann heißt Nourant Doff und er hat seines Zeichens als Experte für Ozeanografie und Limnologie. Ich muss dem Wörterbuch nachgucken, was das heißt. Limnologie ist die Wissenschaft von den Binnengewässern als Ökosystem. Jetzt bin ich ein Stück schlauer. Was hat dieser unglaublich nette Mann entdeckt? Ich bin auf seinen Artikel deshalb aufmerksam geworden, weil es hieß in der Überschrift, wie ist Jesus auf dem Wasser gegangen? Und ich habe gedacht, ja, das ist eins meiner Themen. Lass uns mal gucken. Doron Noff, ich gebe dir nachher, wenn du willst, das Link aus dem Internet, kannst du nachlesen. Er vertritt die Meinung, dass im Laufe der vergangenen Jahrtausende eine seltsame Kombination von atmosphärischen Bedingungen möglicherweise bewirkt haben könnte, das Eisschollen auf dem See Genezareth trieben. So würde seiner Meinung nach das Gehen auf dem Wasser von Jesus erklärbar sein. Sehr cool, der Mann. Sehr cool. Also Leute, als ich das gelesen habe, habe ich im Stillen gedacht, ich weiß nicht genau, welches ist das größere Wunder. Mir vorzustellen, dass mitten in der Nacht, ja, Jesus auf einer Eisscholle surfend auf das Boot seiner Jünger zukommt und sagt, Jungs, hier bin ich. Oder ob ich es gewaltiger finde, wenn Jesus über riesengroße Wellenbrecher einfach auf seine Jungs zuspaziert und sagt, Friede sei mit euch. Also ich finde beides Szenarien relativ gut. Ist mir egal, letztlich. Aber als ich das las, merkte ich, ich bin diesem Mann ähnlich. Und du auch. Alles, was in unsere Vorstellung nicht wirklich reinpasst, da haben wir die Tendenz, was nicht passend ist. Das war übrigens der Lieblingssatz meines Vaters, wenn er irgendwelche handwerklichen Arbeiten bei uns zu Hause verrichtete. Was nicht passend ist, wird passend gemacht. Stimmt's? Wie oft geht uns das mit Gott auch so? Gott, wenn du Dinge sagst und tust, die in meiner Vorstellung irgendwie schwierig sind, dann erlebe ich in mir so die Tendenz, entweder ich blende das aus, das passt einfach nicht rein in meine Vorstellung, in meine Vorstellung oder ich versuche das irgendwie zu erklären, weil ich kann mit bestimmten Problematiken als solches so nicht leben, also muss ich sie wieder in mein Schema reinbringen. Weiß irgendeiner, worüber ich rede? Wir probieren, Gott auf unseren Level zu bringen. Und wir spüren, wie ganz oft das, was Gott wirklich tun will, an unseren Nerven zehrt. Oft auch an unserer Vorstellungskraft. Und manchmal unser gesamtes bisheriges Lebenssystem einfach schlicht hinterfragt. Und wir uns herausgefordert fühlen und merken, Gott, wenn du das wirklich so meinst, wie du sagst, dann kann ich gar nicht so bleiben, wie ich bin. Dann kann ich bestimmte Lebenshaltungen gar nicht weiterleben. Gott, das würde bedeuten, ich müsste mich tatsächlich verändern. Jo, so ist das. Gott kommt immer, um uns herauszufordern und zu sagen, ich würde mir wünschen, du könntest dich verändern. Du könntest es schaffen, diesen Sprung raus aus deinen Vorstellungen hinein in meine Vorstellung hinzubringen. Der dritte amerikanische Präsident hieß Thomas Jefferson und er ist bekannt geworden, nicht nur dafür, dass er die amerikanische Unabhängigkeitserklärung geschrieben hat, sondern er hat eine sogenannte Jefferson-Bibel erfunden. Was hat der Mann gemacht, dass das so berühmt wurde, dass es in die Geschichte eingehen konnte? Dieser Mann war ein hochintelligenter Mensch, aber Wunder waren für ihn ein totales Problem. Also hat er drei Nächte investiert, hat die Bibel durchgeblättert und jeden Bericht, der irgendwas mit einem Wunder oder übernatürlich zu tun hatte, hat er rausgeschnitten. Und den Rest, der übrig blieb, der wurde dann verlegt als sogenannte Jefferson-Bibel. Und du sagst, ey, das ist aber wirklich ein Ketzer, das darf man nicht machen. Soll ich dir was sagen? Du bist auch so ein Ketzer. Und ich auch. Denn ganz ehrlich, wenn Dinge, die Gott sagt, mit deiner Vorstellung nicht übereinstimmt, mit deiner Erfahrung nicht übereinstimmt, mit dem, was du für möglich und richtig hältst, nicht übereinstimmt, was machst du innerlich? Du nimmst keine Schere im sprichwörtlichen Sinne, stimmt's? Aber wie oft ist die Gefahr da, dass ich sage, Gott, das passt nicht in meinen Kram. Schneide ich einfach raus. Gott, Übernatürlichkeit, dein Wirken in meinem Leben, habe ich noch nie erfahren, passt nicht in mein Schema. Schneide ich einfach raus. Ich möchte gerne einen rational belegbaren Gott. Ich möchte gerne einen Gott, der mich nicht erschreckt. Ich möchte gerne einen Gott, der so tut, als wenn alles richtig ist und ich die Sache verstanden habe. Aber Leute, dummerweise ist dieser Gott viel größer als das, was du und ich verstehen können. Und wenn er kommt und dich einlädt, auf seine Spur zu springen, wenn er dich einlädt, dein Gleis zu verlassen und auf sein Gleis zu gehen, dann wird er sich nicht an deiner und meiner Begrenzung stören und aufhalten lassen, sondern er wird sich wie Gott benehmen. Und wir sind herausgefordert, uns auf seine Größe, manchmal auch auf seine Übergröße einzulassen. Und es ist eine tiefe Erkenntnis, irgendwann hat ihn mal jemand gehabt und ich glaube, du könntest ihn nachvollziehen. Wenn wir entdecken, wir wissen nicht alles. Wer von euch würde davon ausgehen, dass er alles weiß? Genau, ihr seid mindestens demütig, ja? Auch wenn ihr im Stillen so handelt, als wenn ihr trotzdem alles wisst. Und ihr die großen Helden seid. Ich weiß Bescheid. Es ist doch unheimlich spannend. Kennt ihr das? Bei Debatten in der Ehe oder in der Familie. Wisst ihr, was immer kommt? Wir gehen davon aus, dass wir die Wahrheit haben und der andere nicht. Stimmt's? Bei jeder Sache, das erlebe ich bei jeder Diskussion, das erlebe ich bei jedem Konflikt, bei jedem Streitgespräch. Man geht davon aus, ich habe alle Weisheit gepachtet. Ich weiß, wie es geht, dass du nur einen ganz kleinen Bruchteil von Erkenntnis hast. Das kommt dir ja gar nicht zu Bewusstsein, oder? Sondern du gehst davon aus, ich sehe die Sache richtig. Und was passiert, wenn du die Sache richtig siehst? Dann können die anderen sie bloß noch falsch sehen. Stimmt's? Aber ehrlicherweise sehen wir nur kleine Facetten. Die Bibel ist ehrlich. Sie sagt, unsere Erkenntnis ist was? Das würde uns gut zu Gesichter stehen. Übrigens, in der Wissenschaft gibt es eine sogenannte Wissenschaftsphilosophie. Die hat das schon lange begriffen. Die nennen das kritischen Realismus. Dieser Ausdruck hat was mit Demut zu tun. Kritischer Realismus heißt auf Deutsch, wir wissen nicht alles, was es zu wissen gibt. Kritischer Realismus. Ich finde, das ist gesund. Das könnten wir uns als Christen übrigens auch auf die Fahne schreiben. Wir wissen nicht alles, was es zu wissen gibt. Ich sage dir, eine Menge Streit könntest du dir zu Hause sparen, wenn du auf diesem Level leben würdest. Ich weiß nicht alles, was es zu wissen gibt. So, ich muss mir nicht anmaßen, irgendwelche Urteile zu sprechen, weil ich weiß sowieso nicht alles, was es zu wissen gibt. Ich blicke nicht wirklich in allen Bereichen durch. Und Leute, in Bezug auf Gott wäre das ein Riesenschritt, wenn wir das schaffen könnten. Zu sagen, Gott, ich lasse es einfach, weil ich weiß, du bist sowieso größer als das, was ich mir vorstellen kann. Herr, ich will bewusst diese Herausforderung annehmen, dass wenn ich Dinge nicht verstehe, bist du trotzdem der Herr. Nochmal. Wenn ich Dinge nicht verstehe, bist du trotzdem der Herr. Stimmt's? Hey Leute, wisst ihr was? Das habe ich gelernt, als ich geheiratet habe. Ich verstehe meine Frau meistens nicht, aber ich liebe sie trotzdem. Das hilft in Bezug auf den lebendigen Gott. Ich verstehe nicht immer, aber eine Sache habe ich verstanden, dass er mich lieb hat. Und das beruhigt mich. Ist es so? Hey, wie oft hast du Entscheidungen getroffen, hast du Gebete gebetet und du hast nicht verstanden, warum Gott so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Stimmt's? Aber was solltest du ganz, ganz sicher wissen? Ich bin hundertprozentig geliebt. Das wäre wieder so eine Stelle, wo man Amen sagen kann, ja? Okay, danke. Ich habe eine Studie gelesen von einem Mann, sein Name ist Rolf Schmidt. Und Rolf Schmidt hat Kinder getestet. Und zwar hat er eine Studie gemacht über mehrere Jahre. Und er hat rausgekriegt, dass Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahre am Tag ungefähr 125 Mal was fragen. 125 Mal. Dass Eltern irgendwann schwache Nerven haben, ist normal, oder? Versuch dir das mal vorzustellen. 125 Mal am Tag. Diese Sache fand ich schon spannend. Aber das, was er danach rausfand, fand ich noch spannender. Denn er sagt, im Laufe des Lebens als Erwachsener, zwischen 30 und 50, fragt man durchschnittlich am Tag nur noch sechs Mal. Das ist das Elend an der Geschichte. Als Kinder gehen wir davon aus, wir sind nicht allwissend. Wir brauchen Hilfe. Wenn wir erwachsen werden, bilden wir uns ein, wir haben es im Griff. Und wir haben die Weisheit gepachtet für uns. Das ist unser Riesenfehler und unser Verderben. Wieso ist das so? Irgendwann haben wir in unserem Kopf vorgefertigte, betonierte Gedankengebäude. Wir haben Annahmen, wir haben Voraussetzungen, die wir uns selber gesetzt haben. Wir haben unsere Systeme, unsere Kataloge, unsere Regale im Kopf. Und so muss es funktionieren. Und wehe, es läuft nicht so. Und glücklicherweise hilft Gott uns immer und rüttelt an unserem Regal, solange bis unser Schrott wieder rausfällt. Und wir merken, oh Gott, ich glaube, du denkst ganz anders als ich. Mir gefällt das. Eine Freundin, sie ist Lehrerin, sie macht Sachkundeunterricht und sie hat eine nette Geschichte erzählt. Sie haben diesen Wasserkreislauf im Unterricht behandelt. Und sie fragt die Klasse und sagt, Leute, warum regnet das? Jesus, vierte Klasse, ein Mädel meldet sich und sagt, das ist doch ganz einfach. Die Erde hat Durst. Super. Hey, das mag ich. Clevere Antwort auf eine durchschnittliche Frage. Kannst du noch staunen? Jesus, und ich glaube, das meint er, wenn er diesen Satz sagt, der uns helfen soll. Wenn er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr das Himmelreich, so könnt ihr das Reich der Übernatürlichkeit Gottes, so könnt ihr diese Größe Gottes, ihr könnt sie nicht erfahren, ihr könnt sie nicht erfassen. Wenn ihr nicht lernt, zu werden wie die Kinder, wenn ihr nicht lernt, wieder euch und eure sogenannten Festlegungen zu hinterfragen, könnt ihr nicht, könnt ihr nicht meine Größe, könnt ihr nicht meine Wunder erleben. Es gab 1870 eine jährlich wiederkehrende Gemeindekonferenz in Westfield College in Illinois und der damalige Schuldirektor war ganz begeistert von dem, was er alles so auch an den Studenten und in seiner Umgebung erlebte und er sagte folgenden Satz, wir gehen auf eine Zeit großer Erfindungen zu. Ich glaube, dass der Tag nicht mehr fern ist, wo Menschen wie Vögel durch die Lüfte fliegen werden. Sein Fehler war, er hatte nicht gemerkt, dass der Bischof auch unter den Gästen weilte. Und der Bischof, wie von der Tarantel gestochen, sprang auf und rief ganz laut, in der Bibel steht, dass nur die Engel fliegen können. Das war seine Vorstellung. Der Mann hieß mit Nachnamen Wright. Seine beiden Söhne Orwell und Wilbur gelang es in Kitty Hawk, North Carolina, am 17. Dezember, den ersten kontrolliert gesteuerten Motorflug durchzuführen. Schöne Geschichte. Wie oft bilden wir uns ein, wir wissen, wie es geht. Und er war sich sicher, der Herr Bischof, wie es geht. Und die eigenen Söhne führten ihn ad absurdum. Seine Vorstellung war nicht groß genug. So oft nehmen wir irgendwelche Sachen an und stellen dann irgendwann fest, hey, es war ganz anders. Man hat über Jahre und Jahrzehnte geglaubt, dass Lichtgeschwindigkeit die größte Geschwindigkeit gibt, ist, die es in unserem Universum gibt. Das glaubte man so lange, bis man suboptomare Teilchen, die man Quanten nennt, gefunden hat, die weit schneller waren. Der Punkt, den wir immer wieder entdecken, auch an uns selber, ist, du darfst nicht für dich in Anspruch nehmen. Da setzt die Riesengefahr ein. Ich weiß, wie es funktioniert. Und nur so geht es. In dem Augenblick hast du verloren. Und so oft machen wir, die wir uns Christen nennen, denselben Fehler. Und ich fand einen Mann, der mir gefallen hat und den wollte ich euch heute Morgen mitbringen in Bezug auf diesen Heilungsgottesdienst. Sein Name war Abraham. Eigentlich hieß der Abram, aber später wurde sein Name in Abraham verändert. Dieser Mann hatte dasselbe Problem wie du und ich vielleicht. Er kannte Gott, er hatte ihn erlebt. Gott hatte ihm eine Zusage gegeben, eine Verheißung, ein spezielles Wort, einen speziellen Segen, den er in sein Leben hineinlegen wollte, so hatte Gott gesagt, aber der Segen kam nicht. So geht es eine Menge Leute. Du sitzt im Gottesdienst, du liest zu Hause vielleicht eine Bibel, du bist auf irgendeiner Konferenz und jemand gibt dir ein klares Wort Gottes. Dir wird eine Verheißung aus der Bibel für deine persönliche Situation ganz, ganz arg lebendig. Das brennt in dir und du sagst, Gott, ich danke dir. Hier erklärst du mir, was du für mein Leben tun willst. Meinetwegen, Gott sagt zu dir, ich will dich heilen. Und du spürst, hier redet Gott zu dir. Du nimmst diese Verheißung Gottes in Bezug auf Heilung oder in Bezug auf deine Familie oder deine Ehe oder deinen Job oder ich. Keine Ahnung, es gibt eine Menge Möglichkeiten, wo du von Gott etwas hörst, wo er dir eine Zusage gibt, wo du im Gottesdienst sitzt und du nimmst so eine Verheißung Gottes rein in dein Herz. Und du sagst, Gott, ich habe da was gehört, ich habe was in meinem Inneren empfangen, ich nehme dieses Wort für mich an. Das ist wie, als wenn du so eine Tüte mit Samen irgendwo kaufst und sagst, super, hier raus werden Blumen oder was immer dafür Kraut draus wachsen soll. Und du empfängst das, so wie Abraham. Und dann nimmst du diese Verheißung, Gott hat zu mir gesagt, das wird er tun. Gott hat mir versprochen, er wird mich heilen. Gott hat versprochen, er gibt mir eine tolle Ehe. Gott hat versprochen, was auch immer. Du kannst diese Tüte nehmen. Was solltest du mit dieser Tüte machen, wenn du willst, dass daraus tatsächlich was wächst? Genau. In dem Augenblick, wo du diese Tüte nimmst und sie bei dir zu Hause in den Küchenschrank stellst und dir das Ding so hindrehst, dass die Blümchen, die da drauf gedruckt sind, dich anlachen, so lange nützt es dir überhaupt nichts. So viele Leute machen dasselbe. Sie lesen ein Stück aus der Bibel, sie nehmen eine Verheißung Gottes, sie empfangen irgendwas in ihrem Herzen, hat sich da so ein Funke entzündet, sie halten das in sich irgendwie fest. Und dann warten sie, dass das irgendwie kommt. Was wird passieren, wenn du deine Tüte mit Samen in deiner Küchenvitrine stehen lässt? Da steht sie gut, vielleicht auch trocken. Nur Blumen werden daraus nie. Eine Verheißung von Gott zu empfangen ist eine Geschichte, dass daraus tatsächlich auch eine entsprechende Frucht wächst. Eine Manifestation dessen, was du dir gewünscht und in deinem Herzen geträumt hast, kommt, kommt nicht von alleine. Was musst du tun, dass dieser Same, diese Saat, dieses Wort Gottes anfängt, sich tatsächlich in Leben umzuwandeln? Mir gefällt hier diese Nachhilfestunde Gottes an Abraham. Ich lade dich ein, wenn du deine Bibel dabei hast, den 1. Mose 15. Kapitel, da wird diese Szene beschrieben. Er hatte das schon lange empfangen, dieses Wort. Und er hatte das wahrscheinlich auch seiner Frau erzählt. Aber es passierte gar nichts. Und in dieser Nacht kommt Gott und gibt ihm Nachhilfeunterricht. Ich liebe unseren Gott, dass er so gut ist und uns auf die Sprünge hilft, wenn wir irgendwie nicht begriffen haben, was wir tun sollen. Da heißt es, und der Herr hieß Abraham hinausgehen aus seinem Zelt und sprach, Siegen Himmel und zähl doch die Sterne. Kannst du sie zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Was hat der Abraham gemacht? Er hatte die Verheißung und er saß mit dieser Verheißung wo? Im Zelt. Mit einem selbstgebauten Dach oben drüber. Wenn du wissen willst, wie Glaube wächst und Gott hat zu dir gesagt, du wirst Nachkommen haben, wie Sterne am Himmel, was solltest du machen? Du solltest dich nach draußen setzen, um die Sterne anzugucken. Du solltest die Sterne angucken. Du solltest anfangen, dein Glauben zu nähren. Was passiert denn, wenn du anfängst, die Sterne anzugucken? Du schaust von deiner eigenen Begrenzung, von deiner eigenen Unmöglichkeit weg und fängst an, die Möglichkeiten Gottes anzugucken. Liebe Freunde, was passiert bei jedem, der in einer Krankheitssituation sitzt und den Schmerz spürt und er bekommt ein Wort, eine Verheißung Gottes in Bezug auf Heilung? Was signalisiert dir dein Körper rund um die Uhr? Du bist krank und dieser Zustand ändert sich nie. Was musst du tun, damit dieses Wort von Heilung tatsächlich es schafft, nicht nur ein kleiner Samenkorn zu bleiben, sondern anfängt dein Denken, dein Reden, dein Fühlen, dein Handeln, deine gesamte Existenz zu durchdringen. Was musst du tun? Du musst dich mit diesen übernatürlichen Möglichkeiten Gottes so lange füllen, bis sie tatsächlich dein Denken, dein Reden, dein Fühlen und dein Handeln durchdringen. Und wenn dieser Prozess nicht kommt, kannst du diese Saat des Wortes Gottes noch 25 Jahre in deinem persönlichen Andachtsbuch reingeschrieben haben und es passiert nichts. Und Gott musste das schaffen, diesen Burschen irgendwie dazu zu bringen, dass er aus seiner kleinen Denkschachtel, aus seinem kleinen Zelt irgendwie den Schritt rauskriegt, um tatsächlich sich anzugucken, was bei Gott möglich ist. Und ich habe mich gefragt, was könnte Abraham angeschaut haben, als er die Sterne angeschaut hat. Und ich habe gedacht, vielleicht hat er diese Spiralgalaxie in Andromeda, diesen sogenannten Andromeda-Nebel angeguckt. ganz kleiner Ausschnitt am Himmel. Aber der ist größer als unsere Milchstraße, hat 100 Millionen Galaxien, ist von uns ungefähr 750.000 Lichtjahre entfernt. Also versuch dir mal die Dimension vorzustellen, 750.000 Lichtjahre, mal 365, mal 24, mal 60, mal 60, mal 300.000 Kilometer und dann hast du ungefähr die Distanz. Versuch dir die Zahlen mal vorzustellen. Sie besteht aus 100 Milliarden Sonnen, diese kleine Galaxie. Und jede dieser Sonnen ist größer als unsere. Und wenn Abraham hochguckt, merkt er plötzlich, Mann, Gott, du bist so unglaublich viel größer. Herr, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie groß du bist. Herr, das ist lächerlich, dass ich mir Sorgen mache. Es ist so lächerlich. Du bist der Schöpfer und ich sehe bloß einen winzigen Ausschnitt von den Myriaden von Möglichkeiten, die es gibt, von den Galaxien, die hinter den Galaxien sind und so weiter. Was passiert, je länger er das anschaut, Abend für Abend, für Abend, für Abend. Weißt du, was passiert? Der Unglaube wird immer kleiner und der Glaube wird immer größer. Meine Frage ist, was guckst du an? Wovon lässt du dich wirklich beeindrucken? Was lässt du in dir wachsen? Die Bibel drückt es so aus. In Römer 4 wird dieser Prozess erklärt, der da innerlich in Abraham vor sich ging. Und ich lade dich ein, die Verse zu lesen, Vers 18 bis 21. Da heißt es, ich lese das nach der Hoffnung für alle, Übersetzung, da wo es nichts zu hoffen gab, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und wurde so der Vater vieler Völker. Es war im Jahr von Gott gesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham aber war fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot, nicht anders der seiner Frau. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allen verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Halt diesen Punkt mal fest. Die Realität seines Körpers, die medizinische Realität, dass eine Frau, die weit über die Wechseljahre hinaus ist, noch ein Kind bekommen kann, der Mann war nicht dumm, natürlich wusste er das. Aber worauf legte er sich innerlich fest? Lass uns doch mal die Sterne angucken. Wenn ich den toten Körper meiner Frau und meinen eigenen angucke, wird mein Glaube nicht besser, stimmt's? Aber wenn ich lerne, Gott und seine Verheißung anzugucken, dann entdecke ich, wie Kraft Gottes sich in mein Herz, in meinen Geist, in mein Denken, schlussendlich sogar in meinen Reden umsetzt. Und dann, merkst du, sind Prozesse des Glaubens abgeschlossen, wenn nicht nur dein Kopf, sondern dein Herz und dein Mund beginnen, diese Wahrheit auszusprechen. und dann kommt der Satz, der mir gefällt. Er war fest davon überzeugt, Vers 21, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Er beeindruckte und ließ sich von dieser Möglichkeit Gottes so lange beeindrucken, bis das sein Herz ausfüllte. Und die Bibel sagt in Matthäus 12, Vers 34, womit dein Herz gefüllt ist, fließt letztlich dein Mund über. Du kannst dir zuhören, was du wirklich glaubst. Biblischer Glaube ist nicht logisch. Biblischer Glaube ist auch nicht unlogisch, sondern biblischer Glaube ist theologisch, weil er mit Gott rechnet. Nochmal, der Satz ist so schön, dass ich ihn nochmal sage. Biblischer Glaube ist nicht logisch. Er entzieht sich unserer verstandesmäßigen Katalogisierung. Biblischer Glaube ist aber auch nicht unlogisch, sondern er ist theologisch. Das heißt, er bezieht immer die Komponente der Möglichkeiten Gottes mit ein. Und hier liegt die Herausforderung. Biblischer Glaube stellt die Festlegung unseres Unglaubens einfach nur in Frage. Biblischer Glaube vertraut Gott mehr als den gängigen Überzeugungen. Biblischer Glaube bricht letztlich aus diesem Käfig der Unmöglichkeit einfach aus und sagt, hey, lass uns doch mal gucken, ob bei Gott die Dinge nicht doch möglich sind. Ihr Lieben, das ist doch, was uns fasziniert, wenn wir die biblischen Berichte lesen, wenn wir von Leuten lesen, die sich irgendwann entschieden haben zu sagen, okay, wie die Tatsachen lauten, weiß ich. Was die Fachleute sagen, weiß ich auch. Wie meine Umstände reagieren, auch das habe ich schon rausgekriegt. Lass uns doch mal gucken, ob Gott nicht eine völlig andere Sicht hat. Das ist biblischer Glaube. Biblischer Glaube kommt mit dem Ansatz zu sagen, bei Gott sind wie viele Dinge möglich. Das nützt dir nur wenig, wenn bei Gott die Dinge möglich sind. Denn was muss bei dir passieren? Dass du das tatsächlich mit Glauben in deinem Herzen verbindest, das ist die Herausforderung. Und hier kommt dieser Punkt und Abraham merkt, hier liegt der eigentliche herausfordernde Moment meines Lebens. Wenn ich hier diesen Schritt nicht hinbringe, wirklich mein Vertrauen auf Gott zu setzen, werde ich immer theoretisch das bejahen, aber in der Praxis so gut wie nie erleben. Und er kämpft, der Mann. Und ihr Lieben, das ist, was wir alle auch erleben, diese Kämpfe. Wir erleben das, wenn wir mit Krankheit kämpfen. Wir erleben das, wenn wir mit Herausforderungen kämpfen und unsere Umgebung sagt, ey, das kann nicht klappen. Ich kann mich an diese Phase erinnern, während wir dieses Haus gebaut haben und alle möglichen Leute mir erzählt haben, das kann nicht klappen. Ich erlebe das immer wieder, wenn wir mit Menschen zu tun haben, denen man sagt, sie sind unheilbar krank. Und es signalisiert dir und mir, wenn Menschen das zu dir sagen, hey, das kann nicht klappen, das kann nicht richtig gut gehen. Und du stehst immer in der Herausforderung, was wirst du tun? Wem willst du Glauben schenken? Manche Leute, nur weil sie einen großen Titel haben, das sagt noch gar nichts. Es steckt in dir und in mir dieser Schlüssel zu sagen, Gott und ich setze mein Vertrauen trotzdem auf dich. Und hier kommt die Herausforderung. Ich las von einer Frau, ihr Name ist Harriet Dürr. Harriet wollte ihr Leben lang studieren, aber sie kriegte zu früh Kinder und dann wurde ihr Mann, der Geschäftsmann war, abberufen zu einer Riesenfirma und dann machte er Karriere und ihr Traum vom Studieren war vorbei. Als sie 63 Jahre alt war, schrieb sie sich wieder ein, studierte in Stanford, machte mit 67 Jahren ihren Uni-Abschluss und mit 74 Jahren veröffentlichte sie ihren ersten Roman, Steine für Ibarra und gewann den Nationalen Buchpreis. Als die Frau ihre erste Lesung hatte, war ein leises Lächeln im Rund zu hören, als die Oma da nach vorne kam. Als sie fertig war, hat niemand mehr gelächelt. Wer sagt, wann irgendwas unmöglich ist? Wer sagt es in deinem Leben, dass irgendwas unmöglich ist? Biblischer Glaube entscheidet sich, Jesus in die Planung mit reinzunehmen und zu sagen, Herr, das, was möglich ist oder nicht, definierst du. Biblischer Glaube sagt letztlich, es gibt eine unerschütterliche Tatsache und an der kommt nichts vorbei, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Und mir gefällt dieser Satz, den Paulus irgendwann für sich definiert, als er diese Perspektive auf sein Herz nimmt und sagt, wenn das stimmt, dass bei Gott alle Dinge möglich sind und ich bin sein Kind und ich will mit ihm leben, dann kommt er zu folgender Erkenntnis in Philippa 4. Dann sagt er, ich vermag alles durch den, der mich dazu befähigt, der Herr Jesus Christus. Merkst du da was? Da kommt diese Perspektive des Glaubens durch. Da sieht einer, was möglich ist und er weiß auch, wo die Quelle ist und er geht auf Gott zurück. Im Alter von 75 Jahren bekam Abraham diese Zusage Gottes über die Nachkommenschaft. Es brauchte 9125 Tage, also 25 Jahre umgerechnet, bis sich diese Verheißung tatsächlich sichtbar äußerte. Du und ich, wir lieben das, wenn Gott uns eine Verheißung gibt, dass er möglichst 60 Sekunden braucht, damit sie auch erfüllt wird. Stimmt's? Und tatsächlich gibt es Erlebnisse und Fälle in meinem Leben, wahrscheinlich wie auch in deinem Leben, wenn du mit Jesus schon länger unterwegs bist, wo du über irgendeine Not gebetet hast und es machte Knack und die Sache veränderte sich in Sekunden und wir alle lieben diese Erlebnisse. Stimmt's? Und wir alle lieben diese Erlebnisse, wo es etwas länger dauert, nicht so furchtbar. Aber Leute, ehrlicherweise weiß Gott genau, was wir an Persönlichkeitsentwicklung brauchen und deshalb gibt es bei manchen Prozessen in unserem Leben eine längere Phase. Von Abraham heißt es in 1. Mose 21, der Herr hielt sein Versprechen. Sarah wurde beschwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war, genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Abraham nannte seinen Sohn, den ihm Sarah geboren hatte, Isaac. Was heißt denn Isaac auf Deutsch? Und das ist das Coole an Gott. Isaac heißt der Lachende. Und wir kennen das aus dem deutschen Sprachgebrauch. Wie heißt es da nämlich? Wer zuletzt lacht, genau, der hat das verstanden, der hat den Joke verstanden und deswegen lacht er auch als Letzter. Nein, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Warum? Warum nannte er ihn Isaac? Ich glaube, Abraham und Sarah, sie kannten die Zeiten, wo ihnen das Lachen vergangen war. Damals war es so, wenn du keine Kinder bekamst, so ging die Umgebung davon aus, dass du irgendwie einen Fluch haben musstest oder Gott muss irgendwas in deinem Leben gefunden haben, was nicht toll ist. Und ich kann mir vorstellen, wie Sarah gegangen ist, wenn sie an Müttern vorbeiging mit kleinen spielenden Kindern und sie sich innerlich sagte, wieso die und ich nicht? Gott, was ist los? Warum beschenkst du die und mich nicht? Vielleicht so wie du, wenn du im Gottesdienst sitzt und jemand erzählt von seiner Heilung und du denkst, Gott, wieso den und mich nicht? Leute erzählen davon, wie Gott sie segnet in ihrem Beruf und du sagst dir, Herr, wieso den? Also das wäre der Letzte, den ich gesegnet hätte und bei mir nicht. Sagen wir natürlich nicht so laut, wir sind ja fromm und wir wissen ja, wie der Wertekodex funktioniert, aber im Stillen denken wir das trotzdem, Gott, wieso den und mich nicht? Da kämpfst du und hast jemanden zu Hause und du leidest mit ihm und du sagst, Gott, den anderen, den hat er angerührt, wieso bei uns zu Hause nicht? Ich glaube, dass Sarah und Abraham sich das immer wieder auch gefragt haben und trotzdem brachte ihn diese Frage nicht dazu, sich für Unglauben zu entscheiden, sondern es brachte ihn dazu, festzuhalten und dann kommt dieser lachende Sohn Isaac in sein Leben und ich dachte, Gott ist so unglaublich gut manchmal braucht es Phasen wo wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, es geht nicht mehr mit unserer Kraft und weißt du, was Gott dir dann antwortet? Das ist ein gutes Zeichen und weißt du, warum das ein gutes Zeichen ist? Wenn du mit deinem Latein und mit deiner Kraft ans Ende kommst, alles, was danach kommt, gibt Gott die Ehre und nicht mehr dir selber. Manchmal muss Gott mit bestimmten Segnungen in unserem Leben deshalb so lange warten, weil er uns kennt und wüsste, wir würden uns das auf die eigene Fahne nageln. Wir würden uns das auf unsere Glaubens Rüstung nageln. Wer war der Held? Hast du gesehen, wie ich da durchgegangen bin, du im Glauben hin? Ich war super. Und Gott sagt, nee, mein Freund, so arbeite ich mit dir nicht. Und als scheinbar Gott zu spät kommt, kommt er für Abraham und Sarah rechtzeitig. Nochmal, immer dann, wenn du denkst, Gott kommt zu spät, kannst du wetten, er ist just in time. Er weiß genau, wann er kommt. Mit Abraham und Sarah macht Gott klar, nichts ist unmöglich. Mit diesem Lachen, das er ihnen schenkt, macht er klar, ich bin nicht gebunden an menschliche Vorstellungen und menschliche Möglichkeiten. Kein Meter. Das ist, was Gott versucht, dir klar zu machen. Er gibt dir eine Zusage. Du nimmst dieses Wort, du lässt es mit Sanftmut, so steht es im Jakobusbrief, in dein Herz rein. Und dann bewegst du es jeden Tag und sagst, Gott, das ist, was du sagst und deine Möglichkeiten sind größer als meine. Herr, ich lasse es zu, dass du mein Denken sprengst. Herr, ich lasse es zu, dass du meine Erwartung sprengst. Herr, ich lasse es zu, dass du viel größer bist als alles, was ich je machen könnte. Herr, ich lasse es zu, dass du kommst und dass du mich beeindruckst. Gott, ich will lernen, auf deiner Ebene und auf deinen Möglichkeiten zu leben. Herr, ich will lernen, dass alle Dinge möglich sind bei dir. Gott, ich will lernen, das zu glauben und darauf stehen zu bleiben. Und Gott geht mit dir von Schritt zu Schritt, von Stufe zu Stufe und der die Frage, die ich mich immer frage, bei mir selber ist, bin ich bereit, diesen Prozess mit Gott zu gehen oder springe ich vorher ab? Abraham kannte die Situation, wo er abgesprungen war. Abraham kannte die Situation, wo er wusste, ja, Gott hat das gesagt, aber ich kann mir das schon nicht mehr vorstellen, also suche ich mir irgendeine Dame, mit der ich dann irgendwie so ein komisches Kind irgendwie Zeuge und am Ende die Riesen Katastrophe bis heute, die Araber führen sich auf diesen Ismail zurück, ein ewiger Bruder Zwist bis heute, Jahrhunderte später, wie oft geht uns das so, dass Gott uns eine Verheißung gibt, aber wir können oder wollen nicht gehorsam sein, sondern machen dann unser Ding, anstatt auf Gott zu warten, und das war das Problem von Abraham immer wieder, Gott hatte gesagt, geh raus aus deinem Land und er sagte, okay, ich gehe erstmal die Hälfte, nimm deine Leute nicht mit und er denkt sich, naja, ein paar sollte ich schon mitnehmen und so weiter, Abraham hatte immer diesen Punkt, dass er sagte, ja, ich weiß, was Gott sagt, aber ich mache immer nur die Hälfte, ich probiere mich immer irgendwie auf einen Kompromiss mit Gott einzulassen, Gott, eigentlich weiß ich, was du willst, aber ich mache eigentlich immer nur den halben Schritt und es brauchte 25 Jahre, bis er begriff, Gott, ich will lernen, dir wirklich mit allem zu vertrauen, was ich habe und das war der Schlüssel, Glaube braucht letztlich auch den Gehorsam. Es gibt so eine nette Geschichte von einem Wanderer in der Wüste. Sein Wasser ist schon längst zu Ende. Er weiß, wenn er jetzt nicht in den nächsten paar Stunden Wasser findet, ist sein Leben echt gefährdet. Und so sieht er irgendwo so ein abgerissenes Haus, es sieht aus wie eine Hütte, er geht hin, aber das Dach ist schon nicht mehr da, Fenster sind kaputt, Tür ist rausgerissen, aber mitten in diesem Raum steht eine Schwengelpumpe und er denkt, das muss das Geschenk vom Himmel sein. Er geht zu dieser Pumpe, alt und knarrend, nimmt diesen Schwengel und fängt an zu pumpen und merkt, dass außer Quietschen und der Sand, der dazwischen ist, nichts passiert. Der Mann, vor der Hoffnung stehen, dass jetzt sein Elend zu Ende ist, denkt, er wird wahnsinnig, rennt in diesem Raum rum und findet eine Flasche und auf dieser Flasche die voll ist mit Wasser, ist ein Etikett und darauf steht, Wanderer, wenn du diese Flasche findest, nimm das Wasser und gieß sie in die Pumpe und er denkt, ich müsste ja verrückt sein, ich nehme das Wasser, hey, ich könnte überleben und dann gieße ich das in diese Pumpe, wenn es stimmt, was da steht, aber das klingt so unlogisch, stimmt's, gieß weg und du hast, das ist keine wirklich clevere Perspektive, er kämpft innerlich, soll ich gehorsam sein, ich weiß, was das Wort sagt, aber was soll ich machen, letztlich entscheidet er sich und sagt, okay, ich tue einfach, was da steht, er nimmt das Wasser und gießt es rein in diese Pumpe und dann nimmt er den Schwengel und er beginnt zu pumpen und nach einer Weile hört das Knarren auf und er merkt, jetzt zieht die Pumpe tatsächlich Wasser. Dieser Ansaugmechanismus funktioniert tatsächlich, stimmt's? Alle die Gartenfreaks unter uns, die noch so was wie eine Schwengelpumpe zu Hause rumstehen haben und er hat nicht nur Wasser für sich, um seinen Durst zu löschen, sondern er hat Wasser um sich zu waschen, er hat Wasser genug, um in Fülle damit zu leben. Die Entscheidung ist immer dieselbe, ihr Lieben, Glaube muss immer mit Gehorsam zusammenkommen. Glaube, der nur bei einer theoretischen Bejahung bleibt, ist zu wenig. Glaube muss diesen Sprung schaffen, gehorsam zu sein. Petrus hat das mal so simpel gesagt, er hat gesagt, Herr, auf dein Wort hin, handel ich jetzt. Heute Morgen, dieser Gottesdienst ist dazu da, dass du ganz neu diesen Geist des Glaubens an dein Herz dran lässt und sagst, Herr, ich will lernen, auf dein Wort zu handeln. Die Bibel sagt, wenn du merkst, dass dir das Lachen vergangen ist, wenn du merkst, dass die Träume, die du realisiert haben, dann hör nicht auf, das Wort Gottes in deinem Leben lebendig zu halten, sondern jetzt erst recht. Dann hör nicht auf, auf diese innere Stimme des Geistes zu hören, sondern sag, Gott, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist, ich danke dir, dass du alle Möglichkeiten hast, ich danke dir, dass du mir hilfst, Herr, auf deine Ebene zu kommen, Herr, ich anzweifeln, Gott, ich will bewusst meine Umstände anzweifeln, ich will bewusst die sogenannte Meinung der Fachleute in Frage stellen und sagen, Gott, du bist größer. Und hier liegt der Schlüssel. In der biblischen Gemeinde gibt es dafür eine Praxis, da heißt es, wenn ihr krank seid, wenn ihr Hilfe Gottes braucht, was müsst ihr machen? Betet füreinander, setzt eure Glaubenskraft frei, indem ihr miteinander vor Gott geht und sagt, Herr, du siehst, mein Bruder, meine Schwester haben eine riesen Herausforderung und ich will mit ihnen zusammenstehen und ich will mit ihnen zusammen glauben und ich will mit ihnen zusammenkämpfen, dass dein Plan sich durchsetzt. Und wenn wir nachher das Abendmahl nehmen, lade ich dich ein, dass du ganz bewusst diese Herausforderung an dein Herz zulässt und sagst, ich will heute Morgen dieses Gebet mit Glauben in Anspruch nehmen. Ich betone das, mit Glauben, nicht weil es ein christliches rituelles Erlebnis ist, sondern ich will mit Glauben in die Gegenwart Gottes kommen. Und ich will sagen, Herr, ich habe in mir einen Traum, ich habe in mir ein Wort, ich habe in mir eine Verheißung. Gott, und ich habe die vielleicht schon etwas unter die Schublade geschoben, weil ich dachte, das kommt sowieso nicht. Herr, ich spüre, du redest heute Morgen zu mir, dein Geist beginnt, meinen Glauben neu anzustoßen, neu anzufachen. Herr, ich bin hier. Und dann lade ich dich ein, dass du bewusst kommst und betest und betest und sagst, ich will das, ich komme in die Gegenwart Gottes und ich will das holen, ich will meinen Glauben in Bewegung setzen. Ich will beten mit uns. Jesus, wir sind hier heute Morgen nicht, weil wir von uns selber was erwarten, sondern wir sind hier, weil wir von dir was erwarten. Jesus, du bist gekommen damals und du hast gesagt zu all den Leuten, die mit Not da waren, die mit Herzenssehnsüchten da waren, die mit zerbrochenen Träumen da waren, du hast gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig, die ihr beladen seid, ich will euch Erquickung schenken, ich will euch Ruhe schenken. Jesus, immer wieder neu gilt dieses Angebot, dass wir kommen dürfen, um von dir zu nehmen und ich danke dir dafür, dass du heute Morgen kommst und ich bete Geist Gottes, dass du einen Geist des Glaubens auf uns legst und dass du dein in uns reingelegtes Wort neu lebendig werden lässt, dass es neu beginnt in unserem Herzen Wurzeln zu schlagen und wir neu beginnen uns nach dir und deinen Möglichkeiten auszustrecken und nicht bei unserer Begrenzung zu bleiben. Herr, ich danke dir dafür, dass du kommst und unser Bild von uns selber veränderst. Herr, dass du unser Bild von dir veränderst, dass wir lernen, deine Möglichkeiten neu für uns in Anspruch zu nehmen. Gott, du kommst und du willst uns beschenken und dafür danke ich dir und das machst du heute Morgen und ich gebe dir die Ehre, Herr, ich gebe dir die Ehre. Amen. 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 Vielen Dank.